Es geht zum Explonat Glasstäben mit Tarnkappeln. Es geht zum Explonat Glasstäben mit Tarnkappeln. Es geht zum Explonat Glasstäben. 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 So, wenn ich los war, habe ich den Kupferstab, mit diesem Kupferstab kann ich die Ladene aus meinen Haaren wieder klauen. Und runter. Und runter. Das Experiment ist geladen. Achtung! Und Blitz! Wow, das geht aber schnell. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Ansonsten von Strom. Und zwar, dass man hier steht. Hier haben wir so eine ganz normale Aluminium-Getränkedose. Das ist übrigens Lehrst, weshalb wir sprechen, hier ist. Und zwar wurde in unserer Sicht der Rundfing zusammen festhalten. Das ist übrigens eine sehr gute Aluminium-Getränk. Und zwar, dass wir in unserer Sicht der Rundfing-Getränk. Und zwar, dass wir in unserer Sicht der Rundfing-Getränk. Und zwar, dass wir in unserer Sicht der Rundfing-Getränk. Und zwar, dass wir in unserer Sicht der Rundfing-Getränk. Okay, meine Kollegin ist jetzt bereit. Und drei wenige Stressen ist schon sofort perfekt. Und weil das so schön war, gleich ein zweites Fahrrad. Achtung! Und links! Und noch ein dringes und nächstes Mal. Achtung! Und links! Und links! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020